MW Produkte und Geld verdienen Betrug. Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, in diesem Video, in dem wir zu der Reihe MLM Unternehmen Check uns das Unternehmen MW betrachten werden. Wir werden auf die Produkte zu sprechen kommen, zu einigen Erfahrungen, die ich in diesem Fall auch selber machen durfte. Und natürlich, ob man hier Geld verdienen kann und wenn ja, was hier möglich ist. Dazu werden wir uns unter anderem einer der Top-Verdiener weltweit bei MW anschauen. Zuerst einmal kommen wir zum Unternehmen MW. Die Firma besteht bereits seit dem Jahre 1959, also mittlerweile über ein halbes Jahrhundert. Und allein daraus kann man natürlich entnehmen, dass die Firma definitiv funktioniert. Das Unternehmen hat mittlerweile ca. 20.000 Mitarbeiter und die Produkte, die vertrieben werden, sind unter anderem Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, Pflege, Haushaltszugehör. Und MW hat über 450 eigen kreierte Produkte und der Umsatz der Firma beläuft sich auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Das zahlen aus dem Jahre 2013 und davon alleine 108 Millionen Euro in Deutschland aus dem Jahre 2016. Kann man übrigens auch ganz transparent einsehen über bundesanzeige.de. MW ist im Übrigen auch profitabel, hat allein im letzten Jahr einen siebenstelligen Gewinn erzielt. Also ganz im Gegensatz zu einigen anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Tesla, die rote Zahlen schreiben. Denn auch das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Die Hauptzentrale befindet sich im Bundesstaat Michigan in Edda und interessant dabei, die Stadt hat weniger Einwohner als mittlerweile das Unternehmen weltweit Mitarbeiter, also Festangestellte beschäftigt. Vertriebspartner mehrere Hunderttausend und die Deutschlanderöffnung wurde erst 1975 getätigt. Interessant, wenn wir auch gleich darauf zu sprechen kommen, wer die Topverdiener sind, weil das auch zeigt entgegen der Aussage. Man müsste immer von Anfang an dabei sein. Auch das, wenn man sich damit beschäftigt, wenn der Branche allgemein erfolgreich ist, also im Bereich Multimarketing, Networkmarketing, dann ist auch das mal wieder ein sehr interessanter Beleg dafür, dass derjenige, der auch später dazu kommt, überragend erfolgreich sein kann. Ja, Patente hat MW nach eigener Aussage über 700 und weitere 400 sind in Vorbereitung. Auch das wirklich finde ich sehr beeindruckend. Und die Vertriebsform für die meisten von euch natürlich keine Überraschung. Die meisten dürften auch MW kennen, denn MW hat im Übrigen quasi erst Networkmarketing möglich gemacht, hat dafür lange und auch viel Geld investiert für Gerichtsprozesse. Und wer weiß, ohne MW möglicherweise wäre Networkmarketing gar nicht gegeben. Und deswegen bin ich persönlich auch, auch wenn ich wie gesagt kein Vertriebspartner von MW bin und auch aktuell kein Kunde, diesen Unternehmen sehr dankbar, weil es zumindest dazu beigetragen hat, Multilevel-Marketing salonfähig zu machen. Ja, die Vergütung wird im Networkmarketingunternehmen MW über einen Break-Away-Plan bezahlt. Und wenn du auch gleich die großen Einkommen siehst, die ich dir gleich zeigen werde, das Erläuterung, warum ist das überhaupt möglich? Weil einfach dieser Vergütungsplan bis zur unendlichen Tiefe in der Struktur aushalt. Und so kann man langfristig eine unglaubliche Hebelwirkung erzielen, was so zum Beispiel bei einigen anderen Vergütungsplänen nicht so möglich ist, die eine ebene Begrenzung haben. Deswegen auch das vorher als Erläuterung, wenn wir jetzt auf die Verdienste zu sprechen kommen. Ja, hier möchte ich dir einmal die Top 11 Einkommensunternehmer, sage ich mal, bei MW aufzeigen. Das natürlich muss ich dazu sagen, alles, was ich dir jetzt zeige, ohne Gewehr, das nach Eigenrecherche im Internet. Nicht jeder wird sicherlich sein Einkommen offenlegen, aber zumindest das, was ich recherchieren konnte und die Leute, die es dementsprechend offenlegen nach mehreren Quellen. Und hier zum Beispiel interessant, Peter und Eva Muller-Meerkatz verdienen etwa 150.000 US-Dollar im Monat mit MW. Übrigens, ich werde dir auch mal dazu einen Link in der Videobeschreibung zusenden. Da kannst du dir auch mal dieses Pärchen anschauen. Schon ältere Herrschaften, aber mega erfolgreich. Und diese Herrschaften, wo gemerkt, sind aus Deutschland, wie man unschwer am Namen erkennen kann. Und wie gesagt, MW ist erst 1975 in Deutschland gestartet, also 16 Jahre später und trotzdem einer der Top-Verdiener in MW, die dann noch, wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Ja, Platz Nummer 10, die Namen versuche ich jetzt gar nicht vorzulesen, spreche ich wahrscheinlich eh falsch aus. Platz Nummer 9, auch interessant, auch ein deutsches Paar, Max Schwarz. Auch hier, wie gesagt, Platz Nummer 9 weltweit mit ungefähr 200.000 US-Dollar Provision im Monat. Die weiteren Namen versuche ich auch jetzt gar nicht vorzulesen. Übrigens auch interessant dabei, auch dass MW im asiatischen Bereich extrem erfolgreich ist. Auch dort ist MW sehr spät gestartet und trotzdem siehst du hier viele Top-Verdiener, es kommen jetzt viele asiatische Namen, kommen aus dem Bereich, die meisten wahrscheinlich aus China. Und wie gesagt, das zeigt eben auch, dass selbst wenn man Jahrzehnte später in ein Unternehmen startet, einer der Besten werden kann und dass eben nicht die an der Spitze das meiste Geld verdienen, sondern die dementsprechend durch Leistung im Unternehmen tätig sind. Und deswegen auch das ein sehr schönes Beispiel von MW, dass das Timing nicht so wichtig ist, wie es oft immer wieder geradelein versucht wird zu verdeutlichen. Platz Nummer 1 aus Amerika, Dexter and Birdie Jagger. Ich hoffe, ich spreche hier den Namen richtig aus, mit beeindruckenden 1,3 Millionen. Nein, auch das nicht im Jahr, sondern im Monat an Provisionszahlung. Und das zeigt auch hervorragend, was Network Marketing natürlich mit Fleiß, mit Geduld, natürlich mit einem richtigen Unternehmen, natürlich mit funktionierenden Endkundenprodukten möglich ist. Und ganz kurz noch, meine eigene Erfahrung mit MW. Als Kind hatte ich damals das Problem, dass ich mir sehr, sehr müde gewesen bin. Ich hatte immer nur sehr wenig geschlafen. Hat unter anderem schon vor der Schule Zeitung ausgetragen, mein erstes Geld verdient, um unter anderem meinen Sport im Fußballbereich finanzieren zu können. Und ich hatte damals dann Nahrungsergänzungsmittel von der Firma MW erhalten. Und ich habe dort zumindest die Feststellung gemacht, dass ich mehr Energie hatte. Meine Noten in der Schule wurden auch besser. Ich war weniger krank gewesen. Und eine weitere Erfahrung kann ich zum Beispiel aus dem Bereich der Kochtöpfe von MW weitergeben. Meine Mutter hat Töpfe bei MW gekauft und die sind bis heute noch heil. Ja, aber das Interessante dabei ist, dass das Essen dort sehr lange warm bleibt, weil sich die Töpfe oben die Deckel festsaugen. Und somit habe ich ein sehr, sehr schönes Kocherlebnis, was die Zubereitung dann betrifft. Und ja, das als Feedback, was ich selber direkt und indirekt an MW an Erfahrung gemacht habe. Aktuell muss ich allerdings sagen, bin ich kein Kunde bei MW und auch natürlich kein Vertriebspartner. Bin da schon bei einer anderen Firma, Network Marketing, glücklich vergeben. Aber wie gesagt, ich habe in dem Bereich mal ausnahmsweise auch bei dieser Firma eigene Produkterfahrung gemacht. Natürlich auch, was jetzt meine Erfahrung als Kind ist, inwieweit das jetzt wirklich auf die Produkte zurückzuführen ist. Oder vielleicht auf eine Nahrungsumstellung ist schwer nachzuweisen. Aber zumindest bin ich der Meinung, dass damals die Produkte mir tatsächlich geholfen haben. Ja, wenn du noch mehr zu MW lesen möchtest und den Produkten, dann findest du auch unterhalb des Videos einen Artikel, einen Blogartikel, wo ich nochmal ausführlich über MW, über die Geschichte von MW und viele weitere Details zu sprechen komme. Und genau, da kannst du nur weite Informationen einholen. Ansonsten wichtig an dieser Stelle, wie bei jeder Network Marketing Firma, nicht jeder möchte Pilot werden, nicht jeder Rechtsanwalt, nicht jeder Arzt. Das heißt, es gibt viele gute Unternehmen. Man sollte sich natürlich in erster Linie mit den Produkten identifizieren können und dementsprechend auch authentisch aufzutreten. Und wichtig natürlich, neben funktionierenden Produkten, neben einer funktionierenden Firma, dass man auch dort das Handwerkzeug beherrscht, sich auch die nötige Expertise aneignet, wenn du dazu Fragen hast oder dabei Unterstützung brauchst, wie du sukzessive neue Teampartner generieren kannst und neue Kunden. In diesem Bereich findest du zum Beispiel auch in der Videobeschreibung ein Coaching vor, wo ich meine Arbeitsweise verdeutliche. Das war es in diesem Video. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.